Willkommen auf meinem Kanal, ich bin Peacemaker, das ist For Honor, ihr habt es sicher schon erkannt, weil ihr seid ja nicht blind, sonst sollt ihr nicht auf YouTube gehen, ne? So, wir schauen uns unsere heutigen Befehle an, wir müssen zwei Matches beenden, beenden, in einem beliebigen Spielmodus, na das lässt sich doch machen. 250 Rumzahl, das lässt sich glaube ich auch machen und für unsere Samurai Fraktion müssen wir müssen wir was, Hyper Sieger, ah Hyper Duelle, ok passt, dann machen wir gleich einmal ein Duell, ne, Event, Spieler gegen KI, tötet einen Gegner viermal in 1 vs 1 Matches, ne passt, machen wir das. Wir kämpfen, wie schon befürchtet, wahrscheinlich, mit unserem Aramusha, Awe, 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 A Ah, weh. Jawohl. Der war gut. Der war gut. Wir werden aber auch sterben. Wahrscheinlich. Au, weh. Au, weh. Au, weh. Au, weh. Jawohl Puh, knappe Entscheidung Jawohl, wir haben ihn viermal besiegt Bast So, was haben wir? Vier Kills, zwei Tote, ja Belohnungen Naja, sehr viel hat sich das jetzt aber nicht gebracht Machen wir halt noch eins So Wem gegen wem kämpfen wir? Gegen einen Ritter So, das war mir noch Bisschen Ah, fuck Oh weh, oh weh, oh weh So, wie zu lang wartet Was ist denn mit dem ein da? Ach Gott, dem hätte ich ausweichen müssen Scheiße Das wäre kein Gericht Das wäre eine Hinrichtung Wieso weichst du nicht aus einer? Scheiße, jetzt ist meine Ausdauer im Meier Ach Gott What the fuck, Alter Ja Gebiete Fuck 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 Geh weg von ihm Geh weg von ihm What the fuck Ja Ja, boah, Glick gehabt Ah, falsche Taste Ich bin noch bei Assassin's Creed und will die ganze Zeit Vierecke drücken Aber das nutzt ja gar nichts Ich muss X drücken Ja So geht's da halt Keine Beute War aber klar Aber ein Befehl Erfüllt Passt Passt Wir haben Shikipu Klingen Aber die werde ich erst ausrüsten Wenn sie nicht zuschaut Irgendwie habe ich auch ein neues Aussehen Oder so Wollen wir noch einmal Ja, einmal machen wir noch So Ach Gott Ach Gott Ach Gott Ach Gott Wo ist er, wo ist er, uah Ach Gott Warum blockst du nicht Warum blockst du nicht Ja, boah, bist deppert Das war aber Glück, Buschen Das sage ich euch Wahnsinn Wir haben den voll Meier gemacht Ist ja urheftig Wo ist er, wo ist er Uah Oh Oh Jawohl Der war schön Das einzige Team Bricht ein Puh Ah, fuck Ah, fuck Falsch Das ist der Jawohl Wir waren Einen neuen Hut haben wir auch Gut Gut Ein Hut Wenn man einen haben tut Doch von besserer Güte Sind zwei Zylinderhüte Übrigens Haha Jetzt fallt es Ja, Mann Ich habe Neulich Ich heiße ja Peacemaker Und Neulich Hat meine Freundin Ich weiß nicht Ein Shampoo Oder sowas gefunden Und das hat Curlmaker Gheißen Also ich habe Einen Bruder Das ist der Curlmaker Hahaha Er zaubert Wusel Zöpfe Auf die Köpfe Der Geschöpfe Hahaha Voll witzig Oder So was haben wir alles Wir haben für unser Team Was getan Zwei Wir sind Auf Platz 4731 Sind wir Gut Das wird ja wohl Wir haben was für unser Team getan So was ist da Ja Ja das machen wir in einer Herrschaft am besten Aber Schauen wir was wir da noch dazu nehmen können Sechs Matches Nein Füge für Exekutionen Duell Nein 24 Helden Keys Stoßtrupp Fünf Verbündete mit einem Spiel Ja das nehmen wir Sturm Matches Was ist ein Sturm Match Hm Nein Fünf Kills ohne zu sterben Ja vielleicht bringen wir das zusammen So Na schauen wir Wir brauchen ein bisschen Geld Ich glaube Zehntausend oder so brauche ich Dann kann ich mir wieder was kaufen Also Etwas was mir taugt Sturm Schauen wir mal Sturm Kämpft im Modus Sturm Vier gegen vier Um den Sieg Brecht als Angreifer Mit eurem Rambok Durch die Tore Und tötet den Kommandanten Beschützt als Verteidiger Die Tore Und das Leben Eures Kommandanten Ah Das ist das mit dem Rambok Ja Das ist eigentlich Äh nicht so schlimm Dann nehmen wir das Zu unserer Befehle dazu Wo ist denn das gewesen Sturmkrieger Ja Zwei Sturm Matches Mit einem beliebigen Helden Okay Also machen wir jetzt Zwei Sturm Matches Und los geht's Wir sind die Angreifer Wie es ausschaut Nein wir sind die Verteidiger Passt Auweh Schaden Schaden Ganz viel Schaden SZC alle Wahnsinnig Auf geht's Burschen Für die Ehre Verteidigen wir Unser Land Wow Angriff Burschen Angriff Burschen Vorwärts Soldaten Bewegt euch Verteidigen wir Verteidigen wir Verteidigen wir Sie greift an Sie greift an Das heißt Das heißt wir können Wir können jetzt Ungepräbst Die ganze Zeit Herumlaufen Lass meine Menschen In Ruhe Oh weh Jawohl wir haben ihn Oh weh Die Manchis haben uns Mauer gemacht Vielleicht Checkt das einer Und heilt uns Checkt das einer Von euch Und heilt uns Wie schaut das Wo sind meine Maxerl Ah die sind alle da Oh warte Die kommen da her Nein die kommen Nicht zu mir Wir müssen respawnen Schau's Jetzt haben wir ein Ticket verbracht Macht aber gar nichts Das heißt wir nehmen Da oben ein Röder Penner So Boss den haben wir auch Pass den haben wir auch Sehr gut Sehr gut Da kommt keiner mehr Hauf da Runter mit uns Ah was ist Wo kommst du her Aus dem Nichts Oder was Gleich da Volle Verteidigung Schau's Buschen Wo 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 Meine Ausdauer Ist im Aufdau So jetzt ist sie wieder da Meine Ausdauer So Wie schaut's aus Mit den Rampok Sind die noch nicht Bei unserer Türen Oh die sind schon Fast da Bei unserer Türen Ja 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 Alter, habt ihr das gesehen? Während der Exekution hat der mich abgestochen. Fuck. Und bei uns heilt keiner. Das ist ja wieder toll. Die sind schon fast bei... Alter. Ah, oh ja. Es heilt... Nein, warum? Ach Gott, Scheiße. Ich bleib noch. Vielleicht heilt er mich. Dann muss ich kein Ticket verschwenden, nämlich. Schaut aber nicht so aus. Der hat da viel zum Kämpfen. Kann mich einer heilen? Was ist denn los mit euch? Jawohl. Danke, Burschen. Dankeschön. Danke. Ach Gott, ich vergesse dauernd Die kleinen Maxerl, ich weiß auch, klein Vieh macht Mist Aber hey, wir sind Samurai, wir müssen uns da in die Schlacht stürzen Bereit zum Sterben, für die Ehre Wo sind wir denn? Da liegen wir Zerstört Keiner in der Nähe, wir werden wieder ein Ticket verschwenden müssen Das ist Arsch, das ist Arsch, das gefällt mir gar nicht Was ist mit dem da? Kommt der jetzt zu mir? Oh, sie sind drin, sie sind drin, scheiße, sie sind drin Jawohl, kein Ticket verschwendet Danke, Bursche What the fuck? Das ist ja urschnell gegangen jetzt Scheiße, die haben uns gleich Fuck, wir kämpfen schlecht Wir kämpfen ganz schlecht Trifft schwer von links mit 30 Schaden Schau's Oh, jetzt teilen sie sich Ah, fuck Ja, verschwenden wir ein Ticket Scheiße Boah, unsere erste Schlacht ist echt schlecht Und noch ein Tor übrig Fuck Warum? Ach Gott, diese Sperrkämpfer gehen auf die Eier Wo ist der hingegrennt? Da liegen Stiefel in der Luft, okay Wo ist der hingegrennt, verdammt? Ah, da drüben Ach Gott, ich wollte ihn gerade abschlachten Dann kann das die Möglichkeit sein So ein Scheiß Ein Schlag hätte nur noch gefehlt Boah, ich bin schlecht heute Hm Vielleicht sollte ich mal von da wem Von wem Unterstützung holen, ha Dass wir zu zweit kämpfen Weil ich bin ja nicht so gut im Kämpfen Ich muss ja erst reinkommen Da oben ist wer Da ist auch wer Oh, weg, 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 weg Oh, das ist schwer Die setzen ordentlich zu Oh, da ist wer gestorben Verdammt So Von der Flanke hat es geklappt So Wir müssen dem da oben helfen Ja, ich kann mich jetzt nicht so viel heilen Scheiße, er ist schon weg Er ist schon weg, er ist schon weg Wir gehen heilen, wir gehen heilen Passt, 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 das sollte reichen Jetzt holen wir uns noch Stärke Passt Wo ist er, wo ist er, wo ist er So Ach Gott Heil dich Scheiße, ich hab's nicht mehr drücken können Verdammt Was, die sind heftig Ich schwöre, die sind heftig Die Mitte Schilder Wo lieg ich denn Da lieg ich Ist da irgendwer in der Nähe Nein, das sind alle Da kämpft einer Scheiße, ich hab's urweit vorgeschafft Ach Gott, Schaß Machen wir da ein bisschen Unterstützung Das ist ein bisschen okay das dauert es lang was 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 ich kann mich nicht heilen warum also weil ich voll bin logisch ich muss irgendwie runter wie komme ich darunter verdammt wo die kaufen zu greifen zu viert dann herr scheiße ja gute schlacht gute schlacht ich bin halt schlecht scheiße wir müssen die rahme zerstören irgendwie aber dazu brauche mein letzten level damit ich an feuerpfeil hagel herbeirufen kann die fähigkeit habe ich nämlich nie nein geh weg von da passt das war ganz schön knapp mit der ausdauer passt geheilt habe ich mich auch ja gehen wir passt passt wer ist da jetzt schon wieder gestorben da bin ich ja gerade herkommen verdammt nein da wo liegt denn der da liegt er nein jetzt ist er gegangen jetzt bin ich ganz umsonst darauf grenzt scheiße ich bin ganz umsonst darauf ich bin ganz umsonst darauf weg 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 ach gott marc muss ich nachher schauen ich wett ich bin am öftersten gestorben macht sich der am Weg zu mir? Nein, die heilen alle nicht da. Oh, scheiße. Naja. War sicher nicht mein Verdienst. Da schauen wir. 15 Heldenkills habe ich gemacht. Also ein bisschen was. Passt, passt, passt so. Nein, ich gehe auf Mission abbrechen, weil die sind alle voll gemein in dem. Die heilen nicht. Wie viele Matches? Zwei Sturm Matches habe ich eh gemacht. Das sind ja die Befehle wahrscheinlich, was ich erfüllt habe. Gut, den haben wir erfüllt. Sturm Krieger. Beendet zwei Sturm Matches. Achso, das war erst eins. Okay, passt, dann müssen wir noch ein Sturm Match machen. Hoffentlich heilen die jetzt besser. Ja, wir spielen mit drei Bots. Das heißt, ob wir gewinnen oder verlieren, hängt jetzt fast ganz allein von uns ab. Das finde ich ja nicht so toll. Na, mach. Schau, und meine Ausdauer ist schon im Arsch. Na toll. Danke, Alter, du hast mich recht. Post, post, post. Ja, das war wegen dieser Schildtypen. Die sind echt nervig. Und ich habe mein Pfeilregen nicht, verdammt. Heilen kann ich jetzt auch vergessen. Ich bezweifle, dass der Computer das checkt. Wo bin ich denn da, gell? Ja. Ja. Ach, Coach. Ja, ich tu mein Bestes. Wer schreit da so deppert? Okay, das macht das eher gut. Wer schreit da so deppert? Und wer schreit da so deppert? Boah, die geht mir alle mit ihrer Gestöcherei am Oberschicht, sag's euch. Stochern da drin herum, ich schwöre. Du kannst dich nicht auf den Kampf konzentrieren, wenn da die ganze Zeit wärme ein Speer auf die Ei sticht. Scheiße. Scheiße. Schaut, ich kämpfe schon wieder zu dritt. Wie soll ich denn das machen alleine? Wirklich? Schaut, die hauen zu dritt auf den einen. Wie soll denn das gehen? Wirklich? Scheiße. Er ist schon tot. Das war's schon. Alle meine Teammitglieder sind tot. Also mit die Bots, das kann überhaupt nichts. Und jetzt sind es auch noch kalt. Jetzt sind es vier. Toll. Scheiße, das verlieren wir. Ach Gott, jetzt drehe ich da. Ich hasse es. Toll, wieso verliere ich? Jetzt bin ich aus dem Zielgebiet. Das ist ja super. Jetzt bin ich im... Alter! Ist das die Möglichkeit? Heute ist echt nicht mein Tag. Wirklich. Also das ist ja jetzt wirklich Grund, warum ich normalerweise aufhören täte. Ja. So ein Scheiß. Die sind eh schon da, ne? Geht bitte, der hinter mir geht nur so auf die Eier. Da wo haust denn du hin, Alter? Das hat ein bisschen Kost. Zwar nicht die Welt. Ich kann mich eh schon da reinstellen. Die Rahmen eh schon, oder? Nein. Noch kann ich Pech auf sie schütten. Also, Kluht, Steine, was auch immer. Geht bitte voll daneben, Alter. Ernsthaft? Komm, mach, mach, mach. Jetzt muss ich ein bisschen warten wieder. Heilen kann ich mich auch noch nicht. Schaut er das an! Ist das die Möglichkeit? Ach, Gott. Das ist so scheiße mit Bots. Wirklich. Die heilen einen noch nicht und sterben die ganze Zeit. Ich meine, ich stirb alleine die ganze Zeit. Da brauche ich keine Verbündeten. Das ist schon für Alainik. Scheiße. Fall daneben, Alter. Und da stechen schon wieder auf mich ein, die Wichser. Scheiße. Scheiße, sie sind drehen. Fuck. Ja, ich sehe überhaupt nichts, wenn da lauter rote Maxerl im roten Kreis stehen. Männer, wie soll ich ihm da was sehen? Scheiße, verdammte. Die stehen da oben herum und kämpfen mit Soldaten, mit normalen. Während da unten der Rambog immer weiter vorgeht. Super. Na komm, heilen kommt mich eh keiner. Scheiße, so weit hinten schon. Ich glaube, da oben ist irgendwas, was man verteidigen kann. Mit dem man die Rambe abschießen kann. Nein, da ist nix. Da ist nur ein Stellplatz oder so. Alter. Nein, deck doch wenigstens. Ich bin ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Und der ist mit der Klinge nachgekommen. So ein Scheiß mit Bots. Wirklich. Ich hasse es. Der heilt mich ernsthaft. Die können mitdenken. Wahnsinn. Ja, Alter. Wie hat der mich gehalten, Alter. Schaut er das an. Ich kenn mich überhaupt nicht aus. Steh auf und krieg ne Klinge in die Fresse. Was soll denn der Scheiß jetzt? Die Rambe wandert dabei vorwärts. Super. Das rennt echt voll geschießen. Und hat auch noch fast volle Energie. Der scheiß Rambeck. Schaut er sticht schon wieder auf mich ein. Der blöde Penner. Puh. Kost zwar uviel Ausdauer, aber wenigstens. Also hasst es. Oh oh oh. Ist, den Ostar outra. Oh oh oh. schnell 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 Schau, wieso können, ah, da ist ein, die habe ich nicht gesehen, Scheiße. Boah, fuck, ich sehe zwischen den Soldaten die echten Kämpfer nicht und dann stechen mich die echten Kämpfer ab, obwohl ich glaube, ich kämpfe nur gegen Soldaten. Ach, Gott, Scheiße. Jawohl, er hat mich gekeilt, brav, Computer, brav. Ich muss mich heilen, Post, geheilt. So, ihr blöden Penner. Bust. Ach, Gott. Gut, aber jetzt haben wir ordentlich aufgeräumt, trotzdem. Das war schon gut, passt, Wiederbelebung, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat der mich unter meinen Schlag unterbrochen, ist das die Möglichkeit? So ein Scheiß. Ich muss mich gleich wieder heilen können, verdammt. Na komm, Heilung. Ach, Gott, jetzt, in dem Moment, wo er mich geschlagen hat, ist die Heilung wiedergekommen. Das ist ja wieder typisch mein Glück. Der schaut nicht so gut aus für uns. Ja, aber wenigstens sind sie mich zweimal heilen gekommen, was ja auch was ist. Wo rutscht der jetzt hin? Nicht tut hier, wo ich hin, wo ich hin, äh, ach, Gott. Was ist weg da, meine Oster, wo ist ihm auf da? Was, 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 was macht der da? Gegen wem kämpft der, Alter? What the fuck? Schaut euch den Penner an, der zielt genau vom falschen, Alter. Und jetzt, Alter, ist das die Möglichkeit. Das kann ja nicht sein, Alter. Und wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? So ein Scheiß, wirklich. Der kann mich nicht heilen, wegen den Soldaten. Das war jetzt wirklich, zweimal hintereinander so viel Pech haben, ist ja echt. Na, lauf vielleicht ein bisschen. Oh, der hat nicht mehr viel Energie gehabt, okay. So, jetzt will ich meine Pfeile ausprobieren. Passt, das war schön. Das heißt, warum ziehst du auf den, wenn der neben dir steht? Ach so, damit du erst sterben kannst, oder was? Wirklich jetzt. Na, das war ja mehr Glück. Wie viel Heldenkills habe ich? 21, gerne. Und 733 Punkte. Da habe ich doch ein Ziel erledigt, oder? Neue Hüte haben wir. Passt, erfüllter Befehle haben wir. Und wir haben rum 2 Level 19 erreicht. Okay. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch 5 Kills ohne zu sterben. 4 von 5 haben wir erledigt gehabt, okay. Ähm, und 5 Verbündete in einem beliebigen Spielmodus. So, okay, passt, jetzt machen wir Herrschaft. Oder Tribut? Nein, machen wir Herrschaft, gefällt mir mir. Ah, wir sind die Angreifer. Wie es ausschaut. Ja, ja, eindeutig. Wir müssen dieses Land, wir machen es wie die Amerikaner, wir müssen dieses Land befreien. Wir gehen erst einmal in Richtung C. Ah, die ist da oben. Ah, scheiße, ich habe Spieler gegen Spieler genommen. Nein, nein, sind die Bots. Fuck. Ich habe jetzt geglaubt, wir sind blau, deswegen. Ah, ich glaube nicht, dass der das schaffen wird alleine. Macht nichts, wir respawnen. Und laufen gleich wieder zu C hin. Also, ich glaube schon wieder, wir sind blau, ist das die Möglichkeit. Geh, bitte, was mache ich da? So, nächste. Geh, bitte, auf seiner Brücke ist das echt dötlich. Wir laufen wieder zur Zone C, weil der das auch so macht. Zone A, verloren. Zone C, eingenommen. Ja, aber ich habe beide mitgenommen in den Tod, passt. Irgendeiner von meiner hat die wahrscheinlich gekappt, die Brücke. Aber ist schon okay, Burschen. Ist schon okay, dieses Opfer bringe ich gern. Hauptsache, die kommen nicht weiter. Aber das Ticket muss ich leider jetzt auch verschwenden. Achso, ich bin ja gehe mit Leuten zusammen. Eigentlich könnte ich ja schauen, ob mich wer heilen kommt, ne? Steht nicht gut um uns, muss ich schon sagen. Ah, voll daneben. Gut gemacht, danke. Passt, Zone A, eingenommen. Zone B, eingenommen. Zone C, auch eingenommen. Passt, okay. Ah, fuck, ich wollte ihm gerade machen, da hätte ich beide gehabt. Scheiße. Komm, Puschen, kommt es mich heilen. Ich werde in der Nähe. Schaut nicht so aus, gell. Da ist nur noch einer. Oh ja, da kommt wer, da kommt wer. Sehr gut, danke, Bursche. Ah, okay. Ah ja, danke. Zone A, verloren. Geh bitte, was der immer daneben springt. Ach Gott. Jetzt hat der die Brücke gekrappt. Scheiße. Scheiße. Zone A, verloren. Also, ich bin ja... Ach Gott. Dass ich das immer wieder vergiss. Das feindliche Team bricht ein. Das feindliche Team bricht ein. Das, lasst mich durch, da. Ihr blöden Penner. Der Feind hat sich erholt. Wo ist er? Wo ist der hingegrennt, verdammt? Heilen ist er sich grennt, wahrscheinlich, ne? Ist er jetzt erobert? Ja. Wo kämpft er? Da, wer verdammt. Da unten. Jawohl. Heldenkill 7. Hoffentlich waren da 5 davon, ohne dass ich einmal gestorben bin. So, wir haben einen Bot auf unserer Seite. Der Rest sind Spieler. Sehr gut. Wir nehmen, also versuchen, gleich einmal C einzunehmen. Das sehen wir auch schön, ob er kommt. So, da war er eingenommen. Zone C, eingenommen. Post. Ich, ich darf das nicht vergessen. Ich bin orange. Zone A fällt uns. Zone B. , und da war. K…? Oh, ich darf das nicht vergessen. Ich werde das nicht vergessen. Das ist nicht vergessen. Ich habe das nicht vergessen. so nah verloren okay nix wie hin zur tone bis sie heilen so gehen wir wieder oh einer von meinen maxis ist am boden passt nein das klemmt schon wieder nein scheiße was was geht da ab wieso verlieren wir alle zonen scheiße wieso schon wieder wer ist jetzt schon wieder darum der unterbricht einfach mein schlag oder ist es die möglichkeit unglaublich oder unglaublich ich glaube nicht dass da wer rechtzeitig da ist scheiße aber kann ich gleich wieder auf zone 10 gehen so und schoss Zone A verlor Zone C eingenommen Zone C eingenommen Zone C eingenommen Passt, wir haben dem das Leben gerettet Wir machen uns am Weg zur Zone A Na, was ist gedurch doch da Sehr gut, brauchen wir nicht mehr Zone C ist schon wieder am verlieren Zone C verloren Zone C verloren Zone C eingenommen Zone C eingenommen Zone C eingenommen Zone C eingenommen Ah, fuck Danke, Brudi Wahnsinn Wahnsinn Voll Zone A, hallo hallo Großen Lachen Hu Untertitelung des ZDF, 2020 Wahnsinn, jawohl So, da werden ja wohl alle 5 jetzt dabei gewesen sein, wo ich noch nicht gestorben bin, oder? Nein, schaut nicht so aus Oh ja, jawohl, nein doch nicht, scheiße Scheiße So, aber nichtsdestotrotz war es das heute, für heute Ein bisschen was haben wir weitergebracht Mehr als 4 haben wir nicht umbringen können, für die Befehle Und nur 2 verbündet, aber das können wir das nächste Mal weiter weit machen Ja, das war es für heute mit vorne Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker Ja, das war es für heute mit vorne, das war es für heute mit vorne